Ja, für alle, die zum ersten Mal einschalten, wir sind Melinda und David und wir waren sechseinhalb Jahre auf Reisen und waren auf Weltreise, haben im Van gelebt und jetzt sind wir wieder zurück in die alte Heimat gezogen und wir dachten, wir erzählen euch heute mal unsere Highlights von der Weltreise und vom Vanlight. Korrekt. Wir haben nämlich zwei Mikrofone unterwegs gefunden und einen Laptop und eine Kamera und dachten uns, hey, wie geil wäre das, wenn wir jetzt das alles erzählen. Wie klasse das doch war. Ja, falls ihr euch nicht selbst mit dem Fahrrad über den Daumen gefahren seid, dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da, aktiviert die Glocke, abonniert unseren Kanal für viel Reise-Content. Was ist denn der hier so ausgeholt? Wie ein Spruch? Das habe ich auch gefunden hier. Also auf jeden Fall freuen wir uns, wenn ihr einschaltet, wir freuen uns, dass ihr dabei seid, wir freuen uns auch, wenn ihr ein bisschen lachen könnt, weil wir haben auch viel gelacht auf der Reise, oder? Ja, aber auch manchmal geweint, weil es war nicht immer alles Gold, was glänzt, oder? Es gab auch schwierige Momente. Fangen wir doch einfach mal mit der Weltreise an, was unsere Highlights waren. Ja, waren. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja angefangen, per Anhalter, bei meinem Elternhaus, ja, uns in die Welt zu werfen. Das war Februar 2018, es war eigentlich noch auch relativ kalt, ich weiß gar nicht, warum wir auf die Idee gekommen sind, im Februar zu starten. Ja, wir laufen jetzt los. Das wird nervig. Und gleich haben wir das erste Problem. Ich bin noch nicht mal zwei Minuten unterwegs, aber Mellis Rucksack. Dann fehlt Kauf. Auf jeden Fall hatten wir diese grandiose Idee, im Winter mit einem Zelt auch auf Reisen zu gehen. Sehr gute Idee. Sehr kalt. War sehr kalt. Wir sind damals ja mit dem Flixbus doch von München, also wir sind das erst nach München erstmal getrampt, Familie besuchen, dann sind wir aber tatsächlich mit dem Flixbus die erste Etappe bis nach Kroatien mit dem Flixbus gefahren. Weißt du noch, wie es in dem Bus da war? In Kroatien. Da haben nur noch so Hühner gefehlt, die so rumgelaufen sind. Da war schon der erste kleine Kulturschein. Und da haben wir gedacht, ach, Kroatien ist warm, ne, im Februar. Ja, ja. Es ist kein Winter mehr, ne? Nee, nee. Also alle Kroaten, die immer hier nach Deutschland gekommen sind, haben gesagt, oh Gott, ist das scheiße bei euch. In Kroatien ist es warm und die Jahreszeit, die Lügen. Es war arschkalt, ich sag's euch. Es war so kalt. Wir konnten überhaupt gar nicht zelten. Deswegen sind wir dann auch in Gästhäusern oder sowas gegangen und wir hatten uns die ersten Monate, nee, eigentlich hatten wir uns auf Backpacking vorgenommen, mit 30 Euro am Tag zu überleben. 15 Euro pro Person. Hat das geklappt? Ja, es hat teilweise sehr gut geklappt und dann gab es aber auch Momente, da hat das richtig gar nicht funktioniert. Nee, und es war auch echt anstrengend, eigentlich immer an Geld zu denken. Das war manchmal echt stressig, immer so jeden Cent umzudrehen oder zu überlegen, können wir uns das leisten oder nicht, weil wir ja auch vorher gar nicht so gelebt haben. Ich meine, ich hatte einen eigenen Friseursalon, wir haben beide gut verdient und dann so aufs Geld zu achten, war schon echt, schon ein Unterschied. Es war aber auch eine Challenge irgendwie auch. Ja, obwohl natürlich Geld da war, war es komisch, so ans Geld zu denken. Genau, wir wollten, wir hatten uns das einfach so gesetzt, weil wir so lange reisen wollten, wie es geht und dann dachten wir, umso weniger wir ausgeben, umso länger können wir reisen. Aber es ist ja nicht nur vom Geld abhängig, wie lange man reisen möchte, ne? Genau. Oder kann. Also irgendwann kommen wir auch an andere Punkte, aber da kommen wir ja noch dazu. Genau, wir sind jetzt eigentlich dabei, unsere Highlights zu erzählen. Genau. Was war denn für dich ein Highlight? Also auf jeden Fall, Highlight war, als es dann Frühling wurde, war wunderschön. Und wir waren zum Frühling, die Vögel haben gezwitschert, die Bäume haben geblüht, das war wunderschön. Wir waren im Frühling in Griechenland und sind dann rüber in die Türkei. Und da muss ich wirklich sagen, das hat mir richtig umgehauen. Türkei war für mich so ein Land, wo ich gedacht habe, krass, also hier war ich mit meinen Eltern zwar schon zum Urlaub, aber ich habe die Leute noch nie so kennengelernt, so die Kultur kennengelernt. Wir haben ja mit den Türken auf Türkisch gesprochen, wir haben sogar Türkisch gelernt. Ja, das war richtig cool. Germania dan geliorum. Also aus Deutschland kommen wir und ich wusste damals noch, was es heißt, zu sagen, was wir gearbeitet haben, dass wir mit wenig Geld reisen, dass wir die Welt umrunden wollen und, und, und. Und wir sind ja per Anhalter gefahren, das haben wir jetzt, das weiß ich gar nicht, ob wir es jetzt schon erwähnt haben. Und wir haben echt super gute Erfahrungen gemacht. In der Türkei war es auch super einfach. Der eine hat auch gerufen, der uns ein SMS geschrieben hat. Genau, stimmt. Es hat sogar jemand Wasser mal vorbeigebracht und Essen, weil er konnte uns nicht mitnehmen. Also wir hatten super gute Erfahrungen. Und sonst gab es auch Dolmusch, da hat man einen Euro bezahlt und ist dann irgendwie zwei Stunden damit gefahren. Also war auch ziemlich einfach über Land, weil wir wollten erst mal so weit es geht nur über Land reisen. kein Flugzeug nehmen. Ja, das war schon ein Highlight, so diese, also wenn ich jetzt mal unterbrechen darf, diese bedingungslose Hilfe auch zu sehen, die Menschen bereit sind, einem zu geben, wo man weiß, man sieht die nicht mehr, die haben uns zum Essen eingeladen. Also es war einfach so eine große... Wir wollten ja auch gar kein Geld von uns. Niemals. Wir wollten die Geld von uns haben. Wir waren beleidigt, wenn wir den Geld geben wollten. Also es war wirklich ein sehr, sehr gastfreundliches Land sowieso. Ich weiß noch, wie der eine uns eingeladen hat, obwohl Ramadan war und er eigentlich nichts essen durfte, hat er uns zu sich nach Hause eingeladen und die Frau hat für uns gekocht und wir saßen zusammen auf dem Boden. Er hat dann doch Fasten gebrochen und wir saßen zusammen mit den Kindern da. Also die Highlights der Weltreise sind nicht nur die Länder, sondern einfach auch das, was wir erfahren durften. Das sind vor allem die Menschen, die wir getroffen haben und die Erlebnisse, die wir zusammen hatten. Genau. Auch so diese Lebensmodelle, die man halt neu überdenkt. Also das war jetzt nochmal für mich ein Highlight. Ich gehe nochmal zurück auch nach Griechenland, bevor wir in die Türkei eingereist sind, wo wir dieses Workaway gemacht haben, wo wir auf einer Farm gearbeitet haben und für Kost und Logis gelebt haben. Da haben sich für uns ja auch so ganz neue Lebensmodelle überhaupt erst mal entwickelt, die wir ja vorher nie kannten. Also ich zumindest. Influencer zum Beispiel. Ja, das kam danach. Aber da haben wir gedacht, boah, und wenn alle Stricke reißen und wir keinen Job mehr finden und wir das alles nicht mehr möchten, ja, dann gehen wir in eine Kommune und leben dort. Also war halt der Gedanke, weil da, dass wir eine Möglichkeit hatten, auch ohne Geld zu leben, wenn wir es gewollt hätten oder mit wenig Geld, hat sich für uns natürlich dann irgendwann herausgestellt, dass es nicht das richtige Leben ist, aber es ist die Möglichkeit da. Es gibt so viele verschiedene Lebensmodelle, die man einfach gar nicht kennt, wenn man in einer bestimmten Gesellschaft drin ist. Sagt man das so? Korrekt, so sagt man das. Oder in einem Modell, Gesellschaftsmodell aufwächst oder was auch immer. Vielen Dank auch für diesen Übergang, denn es gibt auch richtig viele Möglichkeiten, seine Erlebnisse festzuhalten. Also zum Beispiel, man kann sich die auf dem Handy angucken. Oder man kann sich die auf dem Video angucken, wie unsere YouTube-Videos. Aber manchmal verliert man sich ja so in den Digitalen. Und deswegen habe ich uns ein Fotoalbum erstellt und zwar mit unseren allerschönsten Erlebnissen. Und zwar habe ich das mit der JourneyPrint-App gemacht. Das ist ziemlich einfach gewesen. Ich habe das genannt, die Geschichte von Anfang an. Und zwar sieht man, wie wir geheiratet haben und danach direkt losgestartet sind auf unsere Welt- und Backpacker-Reise. Und dann habe ich da die ganzen Fotos mit dem Handy in die App eingefügt. Und die App nimmt sich die Fotos und sortiert die automatisch. Also es war super easy, es war voll einfach. Hier zum Beispiel sind wir beim Taj Mahal und geben uns einen Knutscher. Sortiert die, aber automatisch, weil die meisten Handy ja diese Metadaten haben. Teilweise auch Orte, wenn man das möchte, kann man auch die Orte da angeben. Und hier sieht man zum Beispiel, wie Mama, Papa, meine Schwester uns besucht haben. Wenn sie uns alles besucht hat, dann auch natürlich verewigt in diesem Album. Und wenn dann die Familie kommt, dann freuen die sich, glaube ich, dass sie auch mal da zu sehen sind. Also eigentlich muss ich sagen, das ganze Buch, also all diese Bilder hier sind schon persönliche Highlights von uns. Und ich weiß, du hast dich auch schon sehr gefreut, als ich das dann gemacht habe. Du hast das gar nicht so gewusst, dass ich das auf dem Schirm habe. Hier zum Beispiel auch ein Bild, wie wir in Australien waren. Ey, das war so krass. Ja. Das war einfach nur heftig. Und das jetzt einfach hier mal digital in diesem Buch festzuhalten, das war einfach ein Geschenk. Und ich bin so happy. Das liegt jetzt die ganze Zeit hier aus. Und man guckt sich das immer wieder an und erinnert sich auch, was die Reise mit einem gemacht hat und wie man sich quasi verändert hat. Irgendwie schön auch sowas mal einfach nicht nur im Handy zu haben, aber man guckt da einfach auch gar nicht mehr wirklich rein. Irgendwann scrollst du nicht mehr nach oben. Und wenn du halt ein Buch hast, das einfach so in der Hand hältst, dann guckt man da rein und kann sich immer wieder zurückerinnern. Manchmal vergisst man das leider. Und das finde ich jetzt echt schön, dass man einfach mal da reinguckt und so ein bisschen erinnert wird, an dem, was wir alles erlebt haben. Absolut, ja. Und wie es halt so ist, könnt ihr mit unserem Code Melinda David auf eure Journey Print App, auf euer Fotobuch 20% sparen. Der Code gilt für zwei Wochen. Aber es gibt nicht nur Fotobücher dort, sondern auch Boxen, Postkarten und super viele andere Sachen. Also am besten ladet ihr euch die App mal kostenlos runter und guckt mal rein, was ihr da machen wollt. Und erstellt euch eure eigenen Erinnerungen mit dieser App. Türkei, wunderschönes Land, bleibt mir immer im Herzen. Was war denn so dein Highlight noch? Jedes Land bleibt mir im Herzen. Aber was ich auch, natürlich ganz andere Kulturen sind natürlich auch ein Highlight. Zum Beispiel, was mich auch sehr fasziniert, ist Myanmar. Da haben wir einfach auch so viele, ja, krasse Erlebnisse gehabt. Wir waren fünf Tage wandern und haben bei den Einheimischen gelebt. Und die leben einfach wirklich so ganz anders. Wir haben wirklich einfach nur eine Steinhütte und schlafen auf dem Boden. Also wir haben auf Decken geschlafen. Die haben teilweise gar keine, gar keine Betten, wie wir es kennen. Also in Bagan dürfen sich Touristen angeblich nur E-Roller mieten. Und die haben eine Reichweite von 30 bis 50 Kilometern. Je nachdem, wie schnell man fährt und wie viel Glück man mit dem Akku hat. Wir haben jetzt schon knapp 30 hinter uns gebracht und die Anzeige ist noch fast auf voll. Mal schauen, ob wir das trauen können. Und wirklich, da ist gar nichts gewesen. Und es war einfach schön, sich auch mal so einheimisch zu unterhalten. Ich weiß noch eine Sache, die muss ich noch sagen. Da hat David eine ältere Frau gefragt, die wir uns gekocht hat abends. Die da halt gelebt hat in dem Dorf. Was denn ihr Lieblingsgericht wäre? Und dann hat sie lachend David angeguckt und hat gesagt, darüber hätte sie sich nie Gedanken gemacht. Es wird halt ab das gegessen, was da ist. Und dann ist uns auch aufgefallen, wie privilegiert wir einfach sind. Dass wir hier einfach alles essen können. Dass wir die Lieblingsgerichte haben, wie Burger, Pommes, Pizza. Und die haben einfach jeden Tag gefühlt ein bisschen Gemüse, Reis und vielleicht Fleisch gegessen, was von dort war. Also wirklich einfach nur das, was sie hatten. Ich kam mir schon leicht dumm vor nach dieser Frage. Nein, es ist aber eine Erinnerung. Was hast du da für eine Frage gestellt, sodass dir das anfangs nicht bewusst ist? Gar kein Fall. Ist doch voll cool. Einfach zu wissen, dass man nicht vergisst, ja. Ja, auf jeden Fall. Also es war ein traumhafter, ein traumhaftes Land, also ein traumhaftes Erlebnis, da in diesem Land zu sein. Es war so ganz anders wie das, was man bisher kannte. Klar, man kennt so ein bisschen die türkische Kultur, weil viele Leute aus der Türkei natürlich in Deutschland wohnen. Und man kennt so ein bisschen Thailand, weil viele nach Thailand fahren und da Urlaub machen. Genau, Backpack in Thailand ist ja schon auch sehr bekannt. Und dann hat man ja schon Kontakt auch zu Thailändern, die halt hier wohnen und kann sich so ein bisschen das von Dokumentationen und anderen Reisenberichten herziehen. Aber Myanmar war so ganz anders. Und es ist ja auch nicht einfach nach Myanmar. Es war vorher schwierig einzureisen. Wir waren noch in so einer Spalte drin, wo es dann ging. Und dann fing es ja wieder an, dass man da kaum mehr ein… Zeitraum. Es hört sich irgendwie so an, als wären wir in so einem Bergschacht gespürt. Und jetzt ist, glaube ich, auch wieder… Es ist jetzt wieder auch schwer einzureisen. Jetzt ist es, glaube ich, auch wieder schwer. Weil er natürlich auch so ein bisschen politisch ein schwieriges Land ist. Aber die Leute sind so ultrafreundlich. Also es war wirklich auch ein sehr großer Highlight. Also Highlight in Myanmar, würde ich sagen, Bagan. Das sind diese uralten Ruinen. Stimmt, wo auch die Heißluftballons fliegen. Heißluftballons fliegen da. Was auch in Gorem in der Türkei natürlich ist. Inle Lake. Das ist ein riesengroßer See, wo damals noch 70.000 Leute auf Stelzenhäusern gelebt haben. Die machen aus Lotusblüten, machen die da Seide, Spinnenseide. Und es ist einfach… Die legen da Gärten an und leben da. Da gibt es Schulen, da gibt es Taxis auf dem Wasser. Und es war schon sehr faszinierend, das alles zu sehen. Genau. Ja, dann waren wir ja noch ein bisschen in Myanmar unterwegs. Dann noch ein bisschen in Südostasien. Und dann mein nächstes Highlight, wenn ich an der Reihe bin. Darf ich sagen? Ich weiß noch, wir lagen im Hotel und waren am Überlegen, fliegen wir zurück nach Deutschland oder nicht. Und du hast mit deiner Freundin geschrieben und sie hat gesagt, also wenn ihr nur Asien in Europa wart, dann ist ja keine richtige Weltreise. Genau. Das hat uns so ein bisschen getriggert, wo wir gesagt haben, verdammt, irgendwie hat sie schon recht, aber ja, wohin? Und dann wollten wir einfach gucken, wohin fliegen wir? Und dann war es einfach, ja, das Ziel, was eigentlich so klar war, weil ich da auch immerhin wollte, war einfach Australien. Genau. Ich kann mich noch genau erinnern, wir sind mit, war das, mit so einem Billigliner sind wir da rüber geflogen. Es hat geklappert. In Asia oder so. Ja, genau. Es hat geklappert und gewackelt. Ich hatte echt Angst, zum ersten Mal in meinem Leben zu fliegen, obwohl ich nie Angst hatte. Was zu trinken gab es nicht, musste man alles bezahlen. Und dann war ich noch ganz genau, wir sind über Australien geflogen. Ich war die ganze Nacht wach und auf einmal geht die Sonne auf und ich sehe diesen roten Kontinent von oben. Ich habe Gänsehaut, wenn ich da heute noch dran denke. Und dann waren wir endlich in Australien. Seit ich 18 bin und irgendwas von Australien gesehen, da wollte ich da unbedingt mal hin. Und dann waren wir einfach da. Und ich wollte da eigentlich vielleicht auch hin, aber eigentlich nicht, weil ich gedacht habe, ich werde ja niemals 24 Stunden fliegen. Um Gottes Willen, ich bin sowieso, fliege nicht gerne. Es waren ja aber nur 8 von Australien und so. Genau, aber wir waren ja schon so weit da hinten, wo ich dachte, wenn wir das jetzt nicht machen, werden wir das nicht mehr machen. Und deswegen war das die beste Entscheidung, dass wir nochmal in Australien gegangen sind. Da haben wir uns dann ja auch einen Camper gemietet, ne? Und da entstand dann auch die Idee, uns einen eigenen Camper zu bauen, zu kaufen und auszubauen. Und genau. Aber es war in Australien, was halt auch wirklich so, wo man sagen musste, Angst vor gefährlichen Tieren, ja, kann man verstehen, aber haben wir nicht einmal gesehen. Und wir haben schöne Wanderungen gemacht durch irgendwelche Dschungel-Nationalparks, die teilweise wirklich, wirklich buschig waren. Aber vielleicht haben wir mal eine Schlange, einer hat gesagt, da war eine Schlange, wir haben sie nicht gesehen. Und das Highlight war auch nach so vielen Monaten Südostasien, dass man einfach wieder so ein bisschen im europäischen oder süd, wie sagt man das? West. Ja, westlich. Westlich geprägt. Westlich geprägten Land war, wo halt alles ein bisschen mehr, ja, wie in Deutschland oder sonst wo ist. Und schon nicht, also wirklich, man hat sich halt einfach heimischer gefühlt. Ja, schon. Ja, ja. War schon irgendwie, war schon irgendwie cool. Und auch so die ganze Geschichte von Australien sehr faszinierend. Positiv wie negativ natürlich. Aber da mal, da mal anzukommen, war schon krass. Wir waren sechs Wochen mit dem Camper unterwegs. Wir wollten nur vier machen, haben sechs gemacht. Viel, viel Geld ging da drauf, was wir nicht eingeplant hatten. Und deswegen sind wir dann auch relativ zügig von Australien zurück nach Deutschland. Für 300 Euro haben wir einen Flug gefunden. Ja. Wirklich. Und das war auch ein super Flugzeug und genau, um unseren Van auszubauen und um noch genug Geld übrig zu haben, um diesen Traum zu verwirklichen. Ja, ja, genau. Dann würde ich mal sagen, dann würde ich sagen, geht's an den Van-Ausbau. Wir haben uns ein paar Vans angeguckt und ihr kennt ja unseren Van. Falls ihr ihn nicht kennt, dann checkt das mal aus. Ein wunderschöner Van, den wir dann eigenhändig ausgebaut haben, ohne viel Vorerfahrung. Ich würde alleine das schon mal als Highlight bezeichnen, weil es war so krass, so ein Auto einfach auszubauen und wir haben das vorher nie gemacht. Und wir haben es einfach in drei Monaten durchgezogen. Ich kann mich noch genau an die Energie erinnern, wie wir zurückgekommen sind. Es war einfach heftig, wie wir volle Energie waren, das Ding anzugehen, gegen alle Widerstände. Dein Papa hat gesagt, wir können das nicht. Mein Papa hat gesagt, das funktioniert so nicht, wie ihr euch das vorstellt. Und am Ende waren sie alle da gestanden. Ja, das war auch ein Highlight. Wie stolz dann noch alle auf uns waren, was wir da hinbekommen haben. Wir haben uns richtig emanzipiert, uns erhoben und gesagt, wir machen das so, wie wir uns das vorstellen. Aber es hat geklappt. Es hat geklappt. Wir haben an unsere Träume geglaubt. Es war einfach Bombe. Ja, und deswegen kommen wir jetzt mal zu unseren Vanlife-Highlights. Wir wollen das Video ja nicht zu lang machen. Deswegen dachte ich mir, wir steigen gleich ein und erzählen, was bei uns im Vanlife-Highlight war. Fangen du mal an jetzt. Also für mich war auf jeden Fall unsere allererste Reise nach Dänemark ein Vanlife-Highlight. Ich liebe den Norden, ich liebe Dänemark und ich habe mich so wohl gefühlt und es war einfach, wir hatten tolle Stellplätze, wir hatten tolles Wetter und es war einfach alles perfekt. Ich glaube, da war nicht ein Tag, wo ich sage, irgendwie gefällt mir das nicht. Das war ein richtig toller Einstieg. Ich kann mich erinnern, wie du es jeden Tag gesagt hast, dass du dich so wohlfühlst in Dänemark. Alles ist so schön, alles ist so toll. Das war traumhaft. Du bist verbunden mit Dänemark. Ja, vielleicht schon. Das war echt schön auf alle Fälle. Daran kann ich mich auch erinnern, vor allem an den Himmelsberg. Weißt du noch, dieser steile Berg da oben hoch. 100 Meter ist der hoch. Höchster Berg. Oder 150, sowas. Himmelsberg. Mega steil für Dänemark. Ja, ja. Aber es war mal auf jeden Fall eine sehr schöne Atmosphäre. Sehr nette Dänen, sehr tolle Landschaft. Das hat mir auch gut gefallen. Und mein nächstes Highlight kommt auch kurz darauf. Ich hatte mir diese kleine Van-Pause, wo wir dann in Mannheim gewohnt haben. Aber dann ging es ja auch direkt nach eineinhalb Jahren wieder weiter mit dem Van. Und zwar sind wir dann über den Winter nach Fuerteventura gefahren. Und da muss ich sagen, das war für mich persönlich einer der wunderschönsten Sachen in den gesamten drei Jahren Van-Life. Aber nach, ja, okay. Also Fuerteventura war dann dein Highlight. Genau, das war mein Highlight. Weil wir haben... Also meins auch. Ich meine, wir hatten es echt nicht einfach. Sagen wir es mal so, okay, wir hatten es nicht einfach wie ein Kalima. Es war sehr windig und so weiter. Und Fuerteventura ist eine karge Insel. Man hat da relativ schnell alles gesehen. Aber ich muss sagen, wir haben da freistehen können. Nicht die Insel an sich, sondern einfach genau das Einfache. Das ist trotzdem faszinierend. Am Van-Life ist super einfach. Man hat super einfach schöne Stellplätze. Voll, volle Leute. Und wir haben halt mega, mega viele Leute kennengelernt, die bis heute unsere Freunde sind. Genau, wir haben einfach uns eine tolle Van-G aufgebaut auf Fuerteventura. Wir waren teilweise ein fahrender Zirkus, ne? Genau, und das war... Sowas werden wir niemals vergessen. Diese Tage, diese Erlebnisse, diese Zeit, die wird auch nicht mehr kommen. Aber wir sind froh, die erlebt zu haben. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass man auf Reisen Menschen kennenlernt, mit denen man sich natürlich für eine gewisse Zeit anfreundet. Aber dass das halt über die Jahre danach noch anhält. Und man sich regelmäßig WhatsApp-Nachrichten schreibt oder sich zu Hochzeiten trifft und halt immer noch so feiert, als hätte man sich gerade erst letzte Woche das letzte Mal gesehen. Ja, das ist auf jeden Fall ein großes Highlight. Die Menschen, die wir unterwegs getroffen haben. Genau, und dann Mallorca muss ich auch unter meinen Highlights stecken. Weil es war dann, nachdem wir in Mannheim eineinhalb Jahre gewohnt haben und wieder mit uns entschieden haben, doch wieder in den Van zu ziehen, sind wir nach Mallorca. Und ich dachte immer so, oh, Mallorca, Ballermann. Und was sollen wir da den Leuten zeigen auf Instagram? Weil wir wollten dann mit unserer Instagram-Karriere loslegen. Wir hätten einfach saufen können. Vielleicht wäre es auch gut angekommen. Wer hält mehr aus? Wer kann mehr Aperol trinken? Meli oder David? Naja, auf jeden Fall stimmt. Hätte man auch noch einen Ballermann, ne? Aber ich dachte mir so, was kann man da zeigen? Und ich war einfach so überwältigt von dieser Insel, wie schön sie ist und wie viele Prozetten sie hat. Und wir hatten natürlich so Glück, weil es war noch Corona-Zeiten und die Insel noch relativ leer war und man nur mit dem PCR-Test einreisen konnte am Anfang. Und zwei Monate später ging ja dann wieder, war alles wieder auf und dann hat sich die Insel ja auch von Nullkommanix so schlagartig gefüllt und dann sind wir auch weg. Und dann war das einfach auch ein anderer Vibe halt, ne? Aber da hatten wir wirklich ganz tolle Erlebnisse. Da haben wir auch André und Laura kennengelernt von Oskar the Explorer. Grüße gehen raus sozusagen. Wir haben jetzt übrigens ein Haus in Schweden. Also falls ihr da mal reingucken wollt, auch sehr interessant. Ins Haus oder auf dem Videokanal? Was hast du gerade gesagt? Falls ihr da mal reingucken wollen. Lieber nur ins Video. Ja, genau. Auf jeden Fall ins Video reinschauen, ja. Und, ähm, genau. Und, ja, aber sonst, es ist natürlich schwer, glaube ich, Highlights jetzt so schnell zusammenzufassen. Aber, ähm, es war, also, okay, es kommt noch ein Highlight. Ein letztes, gell? Hast du gesagt? Ich hab noch ein Highlight. Du hast noch ein Stück. Ich bin, ich bin, ja, dann sag du noch mal dein letztes Highlight. Also ich glaube, wenn ich da zuerst hingefahren wäre, wäre ich nur da hingefahren. Deswegen bin ich auch froh, dass es als letztes gekommen ist. Und zwar Griechenland. Griechenland hat mich von Grenzübertritt, von Albanien nach Griechenland, hat mich das so umgehauen. Diese Berge, dieses Meer, das Essen, die Leute, nur nette Leute getroffen. Überall nur nette Leute. Und ich fand's halt einfach geil. Wir waren auf Corfu. Wir waren auch Backpacking einmal kurz in Griechenland. Das fanden wir auch schon toll. Das war auch schon geil, ja. Da waren wir drei Wochen damals mit dem Rucksack. Und dann ist es halt einfach so, so krass. Es war europäisch, aber du verstehst nichts. Weil die Schrift ist ja ganz anders. Genau. Das ist schon krass so. Im Supermarkt hast du einfach gar nicht verstanden, was da steht. Und manchmal hat man einfach gekauft, ohne zu wissen, was das ist genau. Ja, hat sie jetzt richtig abgerechnet oder hat die Person jetzt richtig abgerechnet oder nicht? Und dann war es halt schon so europäisch und irgendwie so bekannt, aber trotzdem schon so weit weg. Das Griechenland hat echt mein Herz erobert. Wir haben super tolle Freunde da auch kennengelernt, die auch in Griechenland leben. Und wir hatten mit denen eine coole Zeit auf Kreta. Aber auch alles dazwischen war wunderbar. Also zwischen Corfu und Kreta, dieses Runterfahren ist ein Traum. Ja, und ich kann sagen, für mich, also ich meine, wie gesagt, wir waren in allen Orten, war toll mit Vanlife. Wir bevorzugen aber die Orte, wo eben nicht so die Surfer-Spots sind, weil wir einfach nicht surfen. Also für die Surfer ist das natürlich super und es gibt auch super coole Spots. Also ich surfe nur im World Wide Web, muss ich sagen. Da bin ich Profi-Surfer, ja. Also für uns, weil wir es vielleicht ein bisschen ruhiger auch mögen, wenn nicht zu viele Autos hintereinander und alle Plätze voll, übertrieben voll sind, haben wir natürlich die Erfahrung gemacht, dass es da, wo es jetzt nicht unbedingt Surfspots sind, es immer etwas ruhiger ist. Griechenland ist jetzt kein Surfer-Land und deswegen wird man da immer relativ einfach, glaube ich, und gut. Ja. Beziehungsweise Greta, oder? Ich weiß nicht, ob man das surfen kann. Ich weiß, ich weiß halt, was halt auch viel ausmacht, ist, dass zum Beispiel in Spanien, Italien sind ja die Küsten oder Südfrankreich sehr stark bebaut, weil sie gradlinig mehr oder weniger sind. Und du hast teilweise eine Autobahn, eine Bundesstraße oder Zugverbindung direkt am Meer. Das hast du in Griechenland sehr, sehr selten. Also dadurch, dass alles sehr zerklüftet ist, sehr bergig ist und du hast super viele unterschiedliche Buchten. Griechenland hat ja auch eine viel längere Küstenlinie als jetzt Spanien, zumindest im Süden. Und deswegen hat man super oft halt einfach Platz für sich und man geht halt niemandem auf die Eier. Genau. Was halt in Spanien, Südfrankreich schon mal passieren kann, kann ich auch verstehen. Wenn man da mit dem Auto hinkommt, man will baden, man hat Freitag, geht mit dem Hund spazieren, dann stehen zehn Vanlife und breiten sich aus. Ja, und das geht jetzt ein halbes Jahr lang. So kann ich mir schon vorstellen, dass die Leute ein bisschen manchmal genervt sind. Genau, das ist immer so als Tipp von uns, je nachdem, was wir für Spots quasi suchen. Keinem auf den Sack zu gehen. Und natürlich die Bekannte, also zumindest für uns die Bekannte, ich glaube mittlerweile kennen sie auch viele, die App Park4Night. Da kann man auch immer ganz gut schauen, egal ob Freistehen oder auch Campingplätze oder auch Bauernhöfe. Es gibt verschiedene Sachen oder Parkplätze. Da findet man eigentlich immer ganz gut auch Plätze zum Stehen, zu übernachten, wo der will. Ja, also haben wir zu 90 Prozent genutzt. Genau. Kann ich sagen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, was würden wir auf gar keinen Fall wieder so tun, wie wir es getan haben. Ja, ich weiß schon was. Willst du anfangen? Ich würde mir niemals mehr ein Van kaufen, in dem ich nicht hundertprozentig gerade stehen kann. Ja. Ich konnte stehen, David ist ein bisschen zu groß. Also mir haben wirklich eigentlich zwei, drei Zentimeter gefehlt, aber das wurde auch erst nach dem Ausbau deutlich, weil wir natürlich den Boden verlegt haben, eine Decke gezogen haben. Und das war dann so ein bisschen etwas unangenehm nach einer Zeit. Am Anfang hat es mich gar nicht gestört, aber nach drei Jahren ging es mir wirklich, wirklich auf die Nerven, dass ich da nirgendwo stehen konnte. Und ja, halt viel im Sitzen machen musste, schneiden im Sitzen, alles im Sitzen. Wenn es mal drei Tage geregnet hat, saß ich eigentlich fast nur drei Tage, während du ja fast nach oben noch Luft hattest, du hättest ja noch Fitness machen können. Ja, ich konnte sogar noch einen Dutt tragen. Ja, genau. Und ich halt gar nicht. Also das würde ich niemals mehr machen. Das stimmt. Das habe ich aber oft in meiner Vergangenheit gemacht, dass ich Sachen gemacht habe, in die ich nicht ganz reinpasse. In den Van passen nicht. Aber ja, machen wir trotzdem machen, wird schon passend gemacht. Aber nee, so ein Auto dehnt sich halt nicht aus. Ich hatte eher das Gefühl, wo es manchmal so heiß war, dass das Auto sogar noch kleiner wurde. Ja, stimmt. Und bei dir? Ich, was würde ich, ich würde es jetzt auf jeden Fall nicht mehr machen, aber es war gut, dass ich die Erfahrung gesammelt habe. Ein bisschen naiv auch war, dass ich es gemacht habe. Aber ich habe mich schon teilweise auch beim Backpacking oft unwohl gefühlt. Zum Beispiel würde ich jetzt nicht mehr in Hostels schlafen, wo man irgendwie, weiß nicht, zwölf Leute oder sowas im Zimmer ist. Ich erinnere mich, ja. Einfach, das hat für mich einfach so viel Überwindung gekostet aus meiner Komfortzone. Aber gar nicht nur aus der Komfortzone, sondern dieses Unwohlgefühl, weil ich mich oft geekelt habe. Das würde ich jetzt heute nicht mehr machen. Und wir waren auch viel mit dem Zelt ohne Toilette unterwegs. Und als Frau, glaube ich, ich glaube, bei Männern ist es einfacher, als Frau ist einfach eine Toilette sehr wichtig. Ja. Aber es war cool, dass man naiv in manchen Sachen reingeht und dass man sie, sonst hätte ich sie auch nie gemacht, wenn ich sie zu dolle zerdacht hätte. Ja, ich glaube, so Sachen macht man dann einfach nicht. Wenn man vorher teilweise weiß, was auf einen zukommt, dann macht man, also die negativen Sachen teilweise, macht man das gar nicht, weil man dann denkt, oh Gott, dann lasse ich es lieber. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass wir das alles gemacht haben, wie wir es gemacht haben, weil sonst wären wir ganz andere Leute. Eine Sache würde ich noch besser machen. Ich glaube, ich hätte mir vielleicht vorher ein bisschen mehr Vorbereitung gewünscht für das Arbeiten aus dem Homeoffice raus, sodass wir irgendwie einen sicheren Verdienst haben. Weil das war ja teilweise doch manchmal ein Struggle, mit Werbung drehen oder mit YouTube-Videos machen, damit da ein paar Euro rumkommen, damit man sich, ja, das ... Genau, wir haben viel von unserem Ersparten genommen. Ist ja gut, dass wir es hatten. Wir hatten das Ersparte, aber wir hätten es heute einfacher, hätten wir nicht so viel vom Ersparten genommen, hätten wir vielleicht doch eine Einkommensquelle gehabt, wo man weiß, okay, man verdient irgendwie 600, 700 Euro fest im Monat. Weil man braucht ja nicht so viel Vanreisen, aber mehr, als man denkt, weil die Kosten sind auch gar nicht so gering, wie man immer denkt, weil das Auto geht immer kaputt, Reparaturkosten, Essen ist teilweise in Griechenland zum Beispiel im Supermarkt viel teurer wie in Deutschland. Genau, also es gibt doch Kosten, die sammeln sich und wenn man dann vielleicht doch weiß, jeden Monat kommt ein bestimmter Betrag rein, seien es auch nur 700 Euro. Ja, es ist immer alles teurer, als man denkt, deswegen ist es gut, dass man einfach, ja, vielleicht ein fixes Einkommen hat. Ja, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Ja, es gibt sicherlich auch noch ein paar andere Highlights und ein paar andere Sachen, die wir heute so nicht mehr machen würden, aber ich glaube, dass wir das mit dem Rahmen dieses Videos sprechen. Wir haben schon viel zu lange geredet, wir wollten gar nicht so lange reden, aber man ist es schwer, das so sechseinhalb Jahre kurz zusammenzufassen, so viel, was wir alles erlebt haben. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei und schreibt uns doch gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt oder was euch noch mehr interessiert, worüber wir noch mehr reden sollten. Ja, ob ihr mit einer Reise startet, ob es Backpacking ist oder Vanreise, würde uns auch interessieren, ob das, weil wir sind jetzt so ein bisschen jetzt raus aus dem Game. Wir haben uns jetzt hier gesettelt und fangen hier ein neues Leben an und werden nicht mehr so viel reisen. Und irgendwie sind wir aus dieser Bubble draußen. Und es ist nicht mehr so weit verreisen, ne? Genau, natürlich, also Urlaube oder Trips. Aber wir sind nicht mehr in dieser Bubble drinne und jetzt würde mich interessieren, ist die Bubble noch da? Wer fängt damit noch an? Wer legt los? Erzählt doch mal. Genau, also ich freue mich auf den Austausch mit euch und ja, ich glaube jetzt machen wir uns schön was zu essen. Ich freue mich, wenn ihr einen Daumen da lasst und wenn ihr uns abonniert und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr ein bisschen lachen musstet, freue ich mich auch. Ja, wir versuchen immer alles ein bisschen locker und lässig zu sehen und alles nicht so streng zu machen. Genau, auf jeden Fall, wir haben zweimal alles gepackt und sind los. Und wenn ihr das machen wollt, geht das, weil wir sind zweimal wieder Außensystem, also wir sind zweimal aus dem System raus, zweimal wieder rein und das ist gar nicht mal so schwer. Sofern ihr Fachkräfte seid, dann seid ihr hier genau an der richtigen Stelle, dann werdet ihr immer arbeiten. Also wenn ihr da den Traum habt, dann macht es, auch wenn ihr wieder zurück in die Heimat geht, das ist ja nicht Versagen. Manchmal hatte ich so das Gefühl, oh Gott, zurück in die Heimat ist ja, das wäre alles umsonst gewesen, was wir gemacht haben, aber es ist nicht, es ist immer eine tolle Erfahrung. So, jetzt habe ich Hunger. Genau. Ich muss sagen, bis zum nächsten Mal, schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt, David und Melli reden mehr, als wir eigentlich geplant haben. Küsschen aufs Nüsschen, bis bald. Tschüssi. Tschüss. Tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020